Hallo meine lieben Freunde, willkommen bei der Show Steam on Tour. Sag Hallo! So, wir sind auf dem Weg Richtung Dänemark. So, wie ihr am Titel schon gesehen habt, bin ich mal wieder unterwegs. Und zwar in Dänemark, aber nicht alleine, sondern hier noch mit meinem Kumpel Ali. Hallo Leute. Ja, der chillt jetzt mit mir und das Wetter ist katastrophal. Ihr könnt es wahrscheinlich schon an meinen Haaren sehen, total nass und hier auch die Scheibe. Und ja, so sieht das hier gerade aus. In Dänemark, total windig, stürmisch. Wir sind gerade über so eine Brücke gefahren, die hat echt tatsächlich 32 Euro gekostet, die Mautgebühr dafür. Und wir müssen ja nochmal zurück. Wir sind gerade Richtung Kopenhagen ist das, wenn man rechts da langfährt. Auf so eine kleine Insel ist das noch. Odyssee oder so gibt es da auch noch so eine Stadt. Und ja, jetzt fahren wir einfach mal weiter und höchstwahrscheinlich fahren wir auch nochmal nach Kopenhagen rein. Nur das Wetter ist jetzt halt nicht das Beste, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Und wir waren gerade draußen, haben mit einem Handy ein paar Aufnahmen gemacht, weil reden draußen geht überhaupt nicht. Aber ich kann euch ja kurz mal Einblicke zeigen. Ja, und zwar hier haben wir das wunderschöne Wetter. Boah, das ist so katastrophal, diese Wellen, keinen Staubdurchsicht. Ja, so sieht das hier gerade aus. So, und jetzt schnell zurück zum Auto. Meine Linse ist auch verschmiert. Äh, ja, wenn es aufhört, so rückt, dann zeige ich euch bessere Aufnahmen. Aber jetzt ist das Katastrophe. Ja, so ist das Katastrophe. Keep it together Keep it together Keep it moving So, gleich betreten wir die andere Seite des Ufers und ja, wir sind gleich in Schweden auf jeden Fall, in Malmö und eigentlich wollten wir nach Kopenhagen und gar nicht erst hier rüber, aber irgendwie, da wir kein Navi haben, weil wir haben ja kein Datennetz, sind wir jetzt irgendwie doch hier gelandet, aber egal, wenn man nicht schon mal hier in der Ecke ist, kann man sich das ja auch nochmal angucken. Und Kopenhagen macht man halt mal anders, ist ja auch nicht schlimm. So, wir waren jetzt für ganze 10 Minuten in Schweden und wie wir das gemacht haben, ganz einfach, wir wollten ja eigentlich nach Kopenhagen, das habt ihr ja gesehen, aber sind wir ja falsch abgebogen. Und dann sind wir über die Brücke und die Mautkosten sollten sich auf 50 Euro One-Way belaufen, das heißt wir hatten 100 Euro, zahlen bis hin und zurück und das nur für ein paar Stunden. Und da haben wir gesagt, nee, gibt's da einen anderen Weg und dann haben wir gesagt, okay, dann drehen wir gleich wieder um, das haben wir dann kostenlos bekommen, dann konnten wir gleich wieder abhauen. Und ja, jetzt sind wir ja gerade in der Stadt Kopenhagen, aber da es so regnet, wird das irgendwie nur so ein Auto-Vlog. Haben uns gerade hier bei Burger King links ja was zu essen geholt und jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen, weil der Regen hört einfach nicht auf, wie ihr das hier auch sehen könnt. Und ja, dunkel wird's ja langsam auch, wir haben's jetzt viertel vor, nee, Quatsch, viertel nach sechs und deswegen, wenn's dunkel ist, ist es immer ein bisschen schwer, was zu filmen, aber je nachdem, was noch geht, weil bei dem Regen ist es halt echt ein bisschen doof, rauszugehen. Aber naja, man guckt sich halt ein bisschen die Gegend so im Auto an, fährt ein bisschen rum und ja, sagen Sie was dazu? Junge, ich esse. Er isst, er kann nichts sagen. So, wir haben uns jetzt einmal rausgetraut, das Auto steht jetzt da vorne, aber bei so einem Elektro-Auto-Parkplatz, aber wer soll da jetzt bitte mit einem Lexus oder so ankommen und da parken, jetzt mal ehrlich. Aber naja, hoffentlich wird man da nicht erwischt und hier hinten rechts ist jetzt irgendwo ein Rummel und da wollen wir mal kurz raufgehen und uns das anschauen, mal schauen, ob das noch auf ist oder noch was läuft. Auf jeden Fall mega laut hier. Wir sind jetzt hier. Ich könnte das gar nicht, ne? Ich gehe das gar nicht hin, Alter. Ja, dieser Rummel ist leider kein offener Rummel, wie wir ihn kennen, dass man einfach raufgehen kann. Der muss man jetzt leider hier bezahlen und naja, das ist dann auch zu teuer, weil wer weiß, da läuft ja auch nicht alles und die Fahrgeschäfte kosten bestimmt auch noch was. Ja gut, das wüsste man nicht, vielleicht hat man eintritt und kann dann die ganze Zeit fahren, aber vielleicht kostet das dann auch nochmal, das wissen wir ja nicht. Deswegen lassen wir es einfach und schauen uns einfach jetzt hier die Stadt an und ich habe jetzt auch einfach ein Parkticket gekauft, einfach für eine Stunde, weil wer weiß, wenn da, wer guckt, die sehen Ausländer. Vielleicht hat der, wenn er, also vielleicht ist es ja nicht schlimm, dass ich da stehe, aber ein Ticket habe ich auf jeden Fall, deswegen alles cool. Ja, das hier im Hintergrund sieht auch mega cool aus, nur das Problem ist, wir wissen nicht, was es ist und da wir hier kein Internet haben, weil es natürlich nicht mehr Deutschland ist, können wir auch nicht nachgucken, was es ist. Und das kostet wieder Eintritt, wenn wir wüssten, was drin ist und es ist geil, würden wir das natürlich machen, kostet so 15 Euro, glaube ich, pro Person. Aber wir wissen leider nicht, was es ist, deswegen machen wir einfach nur Sidescreen jetzt. Sidescreen, Sidescreen, Sidescreen Wir haben es jetzt 20 Uhr und genau vor 6 Minuten ungefähr kam einer und hat mir hier so ein Fein gegeben von 510 dänischen Kronen. Das sind ungefähr 60 Euro. Ja, durfte man doch nicht parken und irgendwas, was ich hier rauslesen kann, was ja komplett, weiß ich, für mich ist das kyrillisch, aber ein bisschen versteht man, weil es ja irgendwie wie es so niederländisch ist. Also ein bisschen kann man ja verstehen, irgendwas, dass ich hier im Parkverbot geparkt habe und weil hier halt dieser komische Stromzufuhr ist für diese Elektroautos. Keine Ahnung, hier stand jetzt nichts mit Verbot, also nur weil da so ein Apparat steht, hier steht auch nichts mit reserviert. Das war so ein Schild, dass es hier so eine Stromdinger gibt, aber das war es auch. Aber naja, ich habe zwar ein paar Kicket gekauft, der Kassenbogen, der liegt jetzt hier vorne, aber dennoch habe ich einen reingekriegt. Naja, muss ich mal gucken, vielleicht lasse ich mir das nochmal übersetzen, vielleicht steht das auch nochmal in Englisch auf der Webseite, dann weiß ich, was jetzt genau los ist. Aber auf jeden Fall wieder 60 Euro für nix los. So Leute, ich befinde mich jetzt in Elbtunnel in Hamburg, ich habe gerade Ali nach Hause gebracht und ja, wir sind, ah fuck die Musik. So, jetzt weiter, auf jeden Fall habe ich ihn gerade nach Hause gebracht und wir sind von Kopenhagen noch, ja, wie ihr sehen könnt, dann doch nach Hause noch gefahren. Also wir wollten halt nicht übernachten, war das so ein Kram und haben uns halt noch fit gefühlt zum Fahren. Ja, deswegen, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, muss jetzt noch zwei Stunden fahren und wir haben es gerade viertel vor zwei in der Nacht, also gar kein Problem. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Tagesausflug, sage ich mal, gefallen. Ah fuck, Sekunde, so, muss kurz den Bus überholen. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch den Tagesausflug gefallen. Anfangs dachte ich wirklich, ich kann euch nur was vom Auto zeigen, weil es die ganze Zeit geregnet hat, aber am Ende haben wir uns doch nochmal rausgetraut. Und es hat auch funktioniert und ich hoffe, die Einblicke von Kopenhagen haben euch noch gefallen. Auf jeden Fall, ich fand es eine coole Tour, ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr es auch gemocht habt. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.